Jungs, ich hab YouTube durchgespielt. Ihr wisst genau, was das heißt. Ah, scheiße. Aber Digga, einmal hat YouTube gegönnt. Einmal im Leben hat der YouTube Algorithmus gegönnt. Also erstmal ein Moin an die 200 plus Abonnenten, die wir innerhalb von zwei Tagen dazu bekommen haben. Bitte deabonniert mich nicht. Ich gucke irgendwie so 15 Minuten nach Upload auf das Video und sehe so, das hat einfach 100 Klicks. Da dachte ich mir so, ja genau. Dann aktualisiere ich so alle paar Sekunden das Video und sehe so direkt neuer Klick, neuer Like, neuer Dislike, neuer Kommentar, neuer Sub. Überall ist es mehr geworden. Hey, die Likes. Das ist heftig. Die Dislikes. Ja. Aber Digga, die Likes. Ich bin dann mal so im Incognito-Modus auf YouTube gegangen und hab dann so in die YouTube-Suchleiste eingegeben, Apo, und halt das erste Ergebnis ausgewählt, was mit Carina zu tun hatte. Und ich war da einfach Platz 3. Und ich dachte mir dann so, ja, kann vielleicht auch an meinem Gerät, also meinem PC liegen. Aber dann hab ich mir mal das Handy von meinem Dad geschnappt und hab dort genau dasselbe gemacht. Und bei dem war ich dann auch einfach irgendwie Platz 5 oder so. Digga, das ist krass. Und unser Video hat auch einfach mehr als ein Drittel Klicks von Denerjis Video, was halt auch witzig ist, wenn man mal unsere Abonnentenanzahl vergleicht. Ich hab halt Realtalk nicht gedacht, dass das Video so durch die Decke gehen wird, also dass der YouTube-Algorithmus das so hart pushen wird. Das nächste Ziel sind die Trendskapper. Kommen wir mal zu den Kommentaren, denn die waren größtenteils so geil. Weil erstmal konnte ich mir die ganzen Dislikes überhaupt nicht erklären, weil sogar irgendwie noch bei 150 oder sogar 200 Dislikes gar kein negativer Kommentar da war. Da dachte ich mir schon so, really? Dann haben aber doch so mit der Zeit einige geschrieben, dass es eventuell an dem Clickbait-Titel liegen könnte. Und ich sage euch, Realtalk, das war der erste Titel, der mir beim Export des Videos eingefallen ist. Und ich habe mir dabei wirklich nichts gedacht. Ich habe mir nicht gedacht, oh ja, damit wird das Video bestimmt in Trends kommen, dann wird es ordentlich Para geben. Ich habe lediglich das ganze Thema in meinem Video satirisch aufgegriffen, was man eigentlich anhand der Einblendung gecheckt haben müsste. Oder spätestens nach der ersten Minute mit diesem ganzen Apo-Red-Joke. Also mit der Nachsynchronisation von dem Video von dem Leo Machère-Meert-Martan-Beef damals. Genauso wie das Thumbnail mit dem Bild von demselben Video von damals mit der Caption. Wen willst du hier ficken? Aber sonst fand ich auch noch die meisten Diskussionen in den Kommentaren geil. Oder auch die Leute, die geschrieben haben, ja, das ist die ganze Spreu und wir müssen die vom Weizen trennen. Aber dann gab es noch einige Kommentare, die mich so aufgeregt haben. Oh, ich kann es nicht beschreiben. Da denke ich mir einfach nur so, alter, wer hat diesen Leuten ins Gehirn geschissen oder ihnen erlaubt, auf YouTube Kommentare zu schreiben. Ohne Witz. Ich habe eigentlich sogar die Funktion, alle Kommentare direkt zu erlauben, an. Und dennoch haben es einige geschafft, in die manuelle Überprüfung reingefiltert zu werden. Mein Highlight ist ein Kommentar, beziehungsweise sogar mehrere Kommentare, von einem Max Panskel, mit dem ich gestern in einer Kommentarfunktion diskutiert habe. Ich schwöre, ich werde das jetzt nur einmal machen und solchen Leuten in einem Video nie wieder Aufmerksamkeit geben. Darf ich euch vorstellen? Sein erster Kommentar. Alter, laberst du eine Scheiße und interpretierst alles falsch rein. Hey, geile Kritik, Bro. Daraus kann ich ja voll was lernen. Ich könnte zwar meine und seine weiteren Kommentare alle vorlesen und würde damit auch locker auf 10 Minuten oder so kommen, aber wozu? Ich habe darauf keinen Bock, das könnt ihr selbst machen, wenn ihr wollt. Und wenn einer von euch Lust hat und weitere Gründe findet, kann er dort gerne weiter diskutieren, weil ich habe darauf absolut keinen Bock mehr. Ich finde, ich habe dort alles logisch erklärt und begründet und mich halt am Ende einfach nur noch wiederholt. Ich habe sogar überlegt, den wirklich einfach zu blockieren, weil mich das ab einem Punkt nur noch aufgeregt hat. Aber hey, vielleicht könnt ihr ja noch was dazu sagen, also go for it. Abschließend zu dem Video wollte ich mich einfach nur noch für den Support bedanken, für die vielen neuen Abonnenten. Wirklich danke zu dem Zeitpunkt der Aufnahme bei dem Video 400 Likes, also über 400 Likes, einfach nur krass. Als ich das alles gesehen habe, mir ist einfach nur die Gänse outgekommen, real talk. Wirklich Leute, Kuss geht raus.